So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das neue Schleich-Dinosaurier-Magazin. Nummer 35. Für 6 Euro ist da. Cool. Oder auch nicht. Ihr wisst ja, teilweise sind da coole Dinos bei, aber diesmal finde ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung. Wie ihr den findet, der jetzt in das neue Schleich-Dinosaurier-Magazin ist, packen wir natürlich gleich aus. Aber wie gesagt, ich finde den weniger cool. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Weihnachtswunschzettel schon schnell weg. Das ist doch wohl lange Zeit. Dann beginnt natürlich die Comic-Beilage, aber die, muss ich sagen, ist teilweise immer richtig cool. Ah, es hat natürlich alles was von Jurassic World. Man kennt es einmal und dann jeder versucht es nachzumachen. Überall gibt es was von, wollen wir ehrlich sein. Dann haben wir hier ein Poster. Ach, der liebste Pflanzenfresser. Und, uh, ja, das tut weh, wenn man den von denen abkriegt. So, natürlich dann Wissenswertes Merging Dising. Das ist richtig Wissenswertes. So ein Fragespiel. Und das Wissenswerte, das ist teilweise immer richtig, richtig cool. So, jetzt kommen wir schon zur letzten, oh, die neuen Pokémon. Merging Dising, Merging Dising. Wissenswertes. Und, was haben wir nächstes Mal drin? Es ist, da, 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 da. Oh. So, was hatten wir schon weg. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Dino, der in die Ausgabe 35 drin ist. Wie ich persönlich finde, äh, nicht wirklich was. Aber, wie gesagt, meine Meinung. So, das ist dieser hier. Ist natürlich Schleich, ist natürlich hochqualifativ. Aber, er steht auch. Wunderbar. Kann eben so ein bisschen, ja, er kippt. Ihr seht selber, er ist so ein bisschen schlank. Aber, wie gesagt, es ist ein Schleich, Dinosaurier. Mein Fall ist es diesmal nicht. Ihr schreibt mir natürlich, ob es für euch was ist. Ich werde natürlich irgendetwas von der Schleich-Dinosaurier-Welt unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Wir müssen uns an alle, bis demnächst. Na, wir machen jetzt alles... Was haben uns nebudget Loyal. Vielen Dank.